Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Bürde, Mit dem heutigen Tag beginnt nun meine Amtszeit als Ihr Landrat und ich freue mich sehr auf die vor mir liegenden Aufgaben. Ich übernehme ein gut bestelltes Haus, denn unser Landkreis verfügt über eine entwickelte Wirtschaftsbasis, eine ordentliche Infrastruktur, er liegt zentral und ist über die Autobahn, die Schienen und auf den Wasserstraßen gut zu erreichen. Die Arbeitslosigkeit in der Bürde ist niedrig und sowohl die Schulen als auch das Gesundheitswesen entwickeln sich zukunftsorientiert weiter. Eingebunden dabei in die Vorgaben von Europäischer Union, Bund und Land, gilt es, diese Entwicklung weiter voranzutreiben und keinen Moment nachzulassen, um die Lebensbedingungen von uns allen zu erhalten und gegebenenfalls zu verbessern. Dafür trete ich an der Spitze der Landkreisverwaltung ein und freue mich schon heute auf Ihre Unterstützung. Vielen Dank! 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 Vielen Dank!